So, Halli Hallöchen, Hanspeter hier, willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Metapolion, ich weiß gar nicht, hatten wir den schon mal in einer Challenge? Ich glaube schon Das Item ist überhaupt nicht cool, das konsumieren wir Oh, und wir kriegen Damage ab Nice, guter Start Damage und, was war's, Range? Bewegung? Ich weiß nicht, 1, 1, oh Gott Das war knapp Untersteh dich So, eine Bombe wäre jetzt richtig nice Oder ein Luck-Up Das ist natürlich auch nice Wo müssen wir denn? Ach, wir müssen nur bis zu meinem Fuß Och, das wird wieder so eine richtig einfache Challenge, die ich wieder extrem verkacken werde, weil ich dumm bin Das weiß ich jetzt schon So, komm her, Fetty Komm, Fetty, boom, boom Apolion müsste ja in der Chest extrem nice sein Mit seinem Leertasten-Item Oh, oh, nice Also, au Ja, genau, sag ich ja Wenn, ich stelle wieder irgendwas Blödes an Aber wir haben ja noch ein halbes Herz rumliegen Also alles noch Oh, kein Problem Warte, ich mach erstmal die Spinne Und dann kommen die, die explodieren Oh, und die kommen mir auch ein bisschen zu nah So Gleich der Boss, gleich der Boss Herr der Fliegen Danke, Damage up Wer weiß Vielleicht droppt er ja ein cooles Item Vielleicht droppt er auch ein scheiß Item Man weiß es ja nie Wenn es so ein Kack-Speed-Up ist, dann konsumiere ich das An Leertasten-Item Droppen Bossgegner ja eh eher selten Also kommt es echt drauf an Auf die Werte, die es gibt Und dann gibt es noch einen Raum zu erkunden Weil eine Bombe wäre natürlich auch noch nice Und natürlich liegt auch hier ein Herz HP up Plus Luck Ne Hat Hammer Range und Shot Speed Ich glaube Shot Speed Oder hätte das HP ab jetzt ein Seelenherz noch gegeben Ich bin mir da immer Oh, nochmal ein Ball Oh, nochmal ein blauer Stein Nein Alter, bleib weg Okay, hat sich erledigt Mit dem Seelenherz Falls es eins gegeben hätte Schade Bomben haben wir keine Dafür drei Schlüssel Ja, ich weiß nicht Vielleicht will das Spiel einen verarschen Das kann man noch nie so genau sagen Okay Weiter So, und ich meine Wenn wir nur bis zum Abends Fuß kommen müssen Dann kann man auch ruhig alles Erkunden Und Seelenherz wäre jetzt echt nice Ah, jetzt kriegen wir eine Bombe Danke sehr Ein normales Herz Ja, ich will eigentlich oben in den Stachelraum Aber ich weiß auch Dass ich zum Devil will Und dafür Sollte ich mich Konzentrieren Weil Ach, jetzt kriegen wir noch Oh nö Ekliger Raum Weil Dieses Vieh Genau Weil So zu hässlich spucken kann So Komm mal her Komm, jump runter Okay, ging Nochmal ein Schlüssel Oh Wir werden hier voll belohnt Richtig nice Was gibt's denn noch Oh, scheiße Fliegen 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 Ganz viele fliegen 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 Wenn fliegen Hinterfliegen her Fliegen 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 Oder so Ui Mein Herz Gebt mir Einzelnen Herz Noch besser Den konsumieren wir mal lieber nicht Der gibt uns die Sehnen Komm her Er ist so klein und knuffig Ich lieb ihn Ich find's auch richtig nice Dass der aus dem Treasure Room kommen kann Das find ich ja am besten Dass es nicht Also dass er sowohl im Devil Deal Als auch im Treasure Room kommen kann Ich mein, die Chancen zu bekommen Ist schon Blöd gering Aber zumindest blöd gering mal zwei Wobei Na gut Mal zwei stimme jetzt auch nicht Im Devil Deal hat's natürlich viel weniger Items Als es im Treasure Room gibt So Können wir gleich wegsprengen Ein Trüchen Oha Spuck mich nicht an Spuck mich nicht an Die Priestess Sehr nice Weil Er ist einfach instant weg Okay Ich kenn das Item unten nicht Sag Bamm Nimm erstmal das Herz Wir gucken erstmal in den Oh ja Oh ja Ist beides Sehr nice Nehmen wir auch beides Und dich Ich weiß nicht was du bist Dich nehmen wir einfach Als konsumiertes Und das hat uns Anscheinend Zehn Herzen gegeben Irgendwas Dann gucken wir doch Oben einmal rein Und hoffen auf Was Gutes Ja Der Run läuft Keine Herzen Aber trotzdem Die Stats sind ganz gut Ich tippe ja Dass der Geheimraum Einmal hier unten ist Aber ich Ich will die eine Bombe Die ich hab jetzt nicht Verschwenden Also gehen wir weiter Wird wieder so ein richtig Nicer Run Da Schon wieder Richtig nice Nochmal Zwei Seelenherzen Juch Ich will ja nichts sagen Aber es läuft Es läuft Verdammt geschmeidig Auch wenn Items Da sind Die ich überhaupt Nicht kenne Und auch wenn Solche hässlichen Bumbumfliegen Da sind Ja ich nenne die jetzt Einmal Bumbumfliegen Oh ne Spinnen Warte Machen wir euch zuerst Bei ihr so hässlich rum Ja Boah Scheiß War das War das knapp Mit dem Messer Als Messer hätte mich Fasten Seelenherzen gekostet So verpiss dich du Fliege Wagt es ja Nicht abzuhauen So Die halten einiges aus Okay Wo könnte der Darkbomb sein Essen finden Hier Es ist so toll Ich liebe es Also wirklich Darkbomb ist Einer meiner liebsten Gefährten Noch mehr Schlüssel Keine Bomben Aber das juckt mich nicht Samsungs Ketten Äh Konsumieren wir Moment Lösen wir ganz elegant Ja Spreng weiter Komm wenn wir schon Die Schlüssel haben Dann haben wir hier auch Ein paar Keeper Und ein paar Und zwei Pennies Die Lack abgeben Ich will Ich will die Sachen Nicht kaufen Ah Sterb Au Genau das Wollte ich nicht Okay eine Bombe For free So Kaufe ich mir noch eine Ich glaube euch beide Springe ich weg Ah Will ich mir eine kaufen Ich lasse es erstmal Noch kurz Da wäre schon der Boss Joa Warum nicht Alter Dieses Dieses Opfermesser Macht so Nice Damage Äh Wenn wir daneben stehen Nein Oh Oh das war knapp Aller danke Damage ab Ja Spreng dich Schade Oh Er spawnt in mir Okay das war Nicht geplant Dass er in mir spawnt Ja moin Damage und Leben ab Es ist lächerlich Der Run ist jetzt schon Richtig Lächerlich Noch mehr Speed up Will ich dann die anderen Räume machen Eigentlich würde es Ein richtig easy run So jetzt Centipide Typis Apollyon ist Ein richtig cooler Charakter finde ich Yay Sonnen Äh Sonnen Regenbogen Der gute Sonnenbogen Oh nö Ganz viele Bomben Blieben Moment Schalten wir sie erstmal Machen wir sie erstmal schwächer So Ein paar sprengt schon Na die die ich Angeschwächt hab Und alle sind tot Ja man muss halt auch Die Kacke nutzen Die einem zur Verfügung steht Das ist natürlich Ich denke gerade Echt dass jede Münze So ein Lack abbringt Ich weiß nicht Irgendwie sind für mich Alle gerade komisch gefärbt Die Lackermünzen Kann man ja so ein bisschen Daran erkennen Dass die Gefärbt sind Und diese Pilze Halten so viel aus Das ist so dämlich Okay Dann lassen wir die Bombe Im Shop Und gehen weiter Düdüdü Das ist echt klasse Das ist echt geil So Flooded Caves Zwei Oh Oh guck mal Der hat einen mit dem Tumor So bevor der sein Gift hier spritzen kann Da haben wir auch gleich den Item Room Und unser Leer-Tasten-Item Auch aufgeladen Ihr steht mir alle zu scheiße Ähm Dich zuerst Irgendwie werden gerade Keine Herzen mehr gedroppt Kann das sein So Eis der Kopf Breck Eis kurz reingucken Ich weiß nicht was es macht Pucking Buddy Arsch Okay Es kotzt so Säure aus Oh Gott Warte mal Wen will ich zuerst erledigen Der Der explodiert eigentlich nicht Oh Gott Eine Trollbombe Jawohl Der taucht einfach nur ab Okay Ja Der Buddy ist jetzt okay Hätte ich auch konsumieren können Aber ich wusste nicht was er macht Sah interessant aus Äh Kotz Mein kleiner Kotz Das sieht schon süß aus Also voll süß Wenn kleine Kleine Dinge kotzen Aber die Spur Bleibt gar nicht so lang liegen Dafür lädt es sich schnell auf Äh Ich weiß nicht Ist Okay Vom Damage her Ist wahrscheinlich auch gar nicht so viel Okay nochmal Stachelraum Äh Ja Kotzt den Boden voll Und Nochmal Hat einfach gar nichts gespawnt Weg Äh Die Viecher Oh das kann doch schräg schießen Wie cool Ja wo Oh Einen hat schon wegge Er bleibt halt weiter in der Säure Riech Es ist Es ist okay Das Item Ah Schade Äh Wo ist er Da Da kotzt er Vor sich hin Ja Es ist Ist okay Stärke Was haben wir hier Oh I'm Drowsy Schade Dass wir das immer zu spät rausfinden Hä Er kotzt anders Wieso kotzt er jetzt weitflächiger Hä Durch die I'm Drowsy Ne Hä wodurch kann er jetzt weitflächiger kotzen Also nicht dass es mich stören würde Aber Liegt das jetzt echt an Diese I'm Drowsy Pille Wow Sag BAM Dein Job Nice Ähm Shop hat jetzt keine coolen Items Kann das Teil sich Oder Kann das sich aufleveln Wenn das Gegner killt Das wäre ja immer noch besser So Da hätten wir eine Batterie Ah ja Er kann kotzen Ah Habe ich vergessen Dass er ja auch spucken kann Ich bin so gerade auf den kleinen Buddy fixiert Da wird er Ja Ähm Spirit of the Night Das mag fliegen Ne Au Super Danke für's sofortige aktivieren Und mit der Stärke Karte Kann wir jetzt auch noch Den Brother Bobby mitnehmen He he Du bist scheiße Dich konsumieren Ja Normalen Damage ab Und Laden wir's kurz auf Weiter Warum kann man eigentlich nicht In normalen Runs So nice So nice Lack haben Ja Andermatt Ja Wow Vor allem der Shot Speed Ist jetzt auch richtig krass Alter Das geht richtig ab Ja Kotz auf dem Boden Das macht jetzt eine richtige Zitronenspur Au Okay Ich bin Blöd Ja Kotz alle voll Kannst du auch schneller schießen Skalierst du mit unseren Tiers ab Wow Das war schnell Und normal sehen Herz Es ist dämlich Ich geb's ja zu Ja Eine Treubombe Was bist du Good Hä Eskaliert mit Pillen Also die Form finde ich jetzt nicht so nice Aber Oh Lol Also pro Pille wechselt er dann die Form Oder wie Ach süß Ja ich stell mich grad blöd an Ich will das Das Teil ist ja mal mega lustig Aber bei fliegenden Gegnern bringt's nix Und ihr macht mir ja viel zu viele Trollbomben Ach süß Äh Ach da unten sind sie Warte Krieg ich euch irgendwie tot Warte mal Oh Goldbombe So Zack Zack Oh nö Au Ich stell mich richtig blöd an Aber es macht nix Warum Bei der Run E Eigentlich im Kasten ist Außer es kommt natürlich jetzt nur was was alles zerstört Ne Bombe Genau Tiefen 1 Ja genau ich fliege ins Feuer zum Beispiel Wir können ja nach Geheimräumen suchen Nö Hier wird er nicht sein Gucken wir mal unten Äh hier Ne Hier kann er auch nicht sein Hallo du bist in der Pfütze Ich fand die Limonen Äh die Zitronenform am besten bisher Okay Ändert er sich jetzt nochmal I'm excited Was macht er jetzt Oh er macht ne riesige Slow Spur Okay nice Spinnis Danke Darkbom Sehr nett Oh Okay aber die macht keinen Schaden Warte erstmal den gegen Ah So den kann man nämlich nur Angreifen Wenn alle Gegner gekillt Ja toll Wenn der Gegner spawnt Dann kann man ihn auch erstmal nicht angreifen Aha Hier Slow Spur Schleim Spur Plopp plopp Ah Hehe Der ist voll ins Feuer Trottel Kacke kaputt So Bombi Was haben wir denn noch Perks So was bist du jetzt Wieder Okay er ändert sich einfach zufällig Na Bombe Äh Kenn ich nicht Konsum Ah Okay Macht uns Schaden Das war ein aktives Item Shit Hätte ich vielleicht nicht anfassen sollen Hey Hupsi Dagbom Okay macht uns wahrscheinlich stärker Wenn wir Schaden nehmen Und Oder Äh Ja Macht einmal Schaden bei uns Und macht uns dann stärker Oder so Keine Ahnung So kann ich es mir vorstellen Wie das Item funktioniert Ich glaube irgendwas mit Samson wieder Äh Ach süß Ach süß So dann Loki Hi Loki ich liebe dich Ich kann mich hier einfach verschanzen Mein Mein Meine Spektraltränen machen das eigentlich alle Äh Stacheln Und er kann mich auch nicht treffen Voll gechillt Ach Loki Das ist so süß Zack Äh Nicht so ein cooles Item Wir machen mal lieber noch zwei Räume Oh Double active Äh Ich Ich trau der Karte nicht Ich trau der Karte nicht Ich Weiß nicht Beim letzten Mal hat die was richtig komisches gemacht Zwei Schlüssel Nice Und nichts Noch nicer Also die Karte muss ich auswechseln Der trau ich einfach überhaupt nicht Gebt mir schwarze Herzen Mist Oh shit Wir können das gar nicht aufladen Äh Mist Doch Ha Lack Purer Lack Oder Pures Lack So Die Karte will ich Dich konsumieren Genau Hat mir nämlich Schaden gemacht Wusste ich Naja Noch ein bisschen Speed Up Ist okay Wir kriegen ein Herz Setzen glaube ich gleich die Sonne ein Dann wissen wir wo wir hin müssen Warte Wir können Einmal oben reingehen Ach komm Ja Ach Gott sind die Viecher hässlich Ey Äh Sterb doch Ich treffe sie nicht Oh Ohne Fliegen wäre es halt noch hässlich Danke Ohne Fliegen wäre es halt noch hässlicher Hey Zwei Sehnerzen For free Und Noch Cash Nice Okay Äh Zum Spaß reingucken Nicht so cool Der Raum ist auch nicht cool Wenn man nicht fliegen kann Wenn man fliegen kann Ja alles easy Der Raum ist auch cool Wenn man fliegen kann Oh wir kriegen fett Cash Ja Geht in die Langst Das ist auch nur eine Slow Spur Na gut Und Tschüss Was haben wir hier Ne Überhaupt nicht Keine coolen Sachen So Und Was haben wir hier noch Zu viel Geld man I'm excited Ja wechsel deine Form Äh Das normale Slow Baby Ja Den Raum Kenne ich auch noch nicht Von der Struktur her Sag Bam Willst du mir was droppen Nö Oha Ach Moment Wir können Hä Haben wir gerade Ein Herz Schaden genommen Echt jetzt Ein Herz Das ist ja mega Asi Moment Das konsumieren wir Nimm die zwei Seenherzen Gucken einmal kurz den Shop Würde ich sagen Oh yeah Noch mehr Cash Was ewig dauert Um zu zerschießen Aber wir haben Mega viel Attack Speed So Checken wir mal Das Königsbaby Ist voll scheiße Nehmen wir Die Das Nightlight Oh Das macht sogar Die ganze Ebene hell Wie nice So Äh Auch Nicht cool Komm wir wechseln Wechseln Durch Geld Verdoppelt die Freunde Nee Haben wir Wieder dieses hässliche Messer Ja Das ist okay Gibt uns nämlich Eine Karte Ist nicht okay Obwohl Verdoppelt War War okay Mann Was sind denn das Für Scheißteile Nö Ist alles hässlich Die Pille vielleicht noch Was machst du Oh ne Blut Oh 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 Das ist ne nice Form Die sieht nice aus Die geht weit Und macht Schaden So Pluck Und Die Raum Äh Anordnung Kenn ich auch nicht So Wo ist es Aber warte Bomben wärmen Vielleicht auch gut Hier Okay Gibt uns coole Sachen Yeah Ich raff die Automaten Da in dem Raum nicht Egal So Plop 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 Bleibe mir fern Oh Noch ein schwarzes Herz Ja Äh Geister Ich hasse Geister Ey Die können fliegen Und haben Spektraldrehen Zack Und Erledigt Okay Warte Bringt es was Wenn wir Naja Hat ihm ein bisschen Schaden gemacht Oh Äh Komm Tritt Yeah Man Unser Unser Spucken Das Baby Alles Richtig Nice Bei dem Kampf Komm Tritt Yeah Oh Ich stand runter War vielleicht Nicht so klug Und Letztes Mal treten Yeah Und wir haben es geschafft Yeah Oh Wir haben es freigeschalten Broken Mode an Weil wir Keine Ahnung Keine Ahnung Steht dann in der Videobeschreibung Wie immer Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Part Euer Hintz Peter Ciao